Den Bruder aber Volleyneike, sag ich, der zurückgekehrt ist der Verbannung. Ihn so ist es der Stadt verkündet, soll niemand mit einem Grabe ehren. Der junger Mann soll unehrenhaft auf dem Schlachtfeld liegen bleiben, sein Bruder wird ehrenhaft gestattet und Antigone, die Titelfigur, ist die Schwester dieser beiden und gegen den Beschluss und auch gegen das Gesetz ihres Onkels beerdigt sie den Bruder, der in Unirre gefallen ist und letztlich kostet sie selbst das Leben. Denk wie du magst, doch ich begrabe ihn. Das Schicksal richtet auf, das Schicksal stürzt zu Boden. Als Schwetzer kamst du auf die Welt, doch nicht als Täter dieser Tat, der sein Leben gar für Geld aufs Spiel setzt. Sieben Anführer, vielen vor sieben Toren. Entrechtet und bestattet und geweizt, worüber zu befinden, die er nicht zusteht, nach den Gattern oben! Das Schicksal! Das Schicksal! Das Schicksal! Untertitelung des ZDF, 2020